Die Kunst, die Kunst ist meist nicht mehr als blauer Dunst. Jeder Hinz und jeder Kunst meint, er versteht was von der Kunst. Ob Dali, Immendorf, ob Beuys, für die war Kunst der größte Auftrag. Ob Malerei, ob das Objekt, wirst vom Profanen, du geneckt. Ob realistisch, surreal, für den Betrachter, Qual der Wahl. Nur im Realen liegt der Sinn, so kommst du zum Surrealen hin.